Wurmlarve Erstmal muss ich es verkaufen Sieht so ein bisschen aus wie das Face-Sack aus, ja hier Ja, die Level 25 Waffen behalte ich erstmal Ja, ja Nein, jetzt hätte ich fast den Legends verkauft, den Rocket Launcher Ja, Resolver Ach, hallo, kann ich doch nie bringen, ey Ah, ich bin, ich bin gar nicht, äh Wer hat weiß ich, dass du für die bist Bäh 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 Oh Ne, sieht schlechter, alles klar Ich hasse diese Granaten, die sich teleportieren, Alter Ich brauche Granaten, ich brauche Granaten Ich habe ja diese Heilgranaten, die sind richtig gut Das ist ja der, hm, Bouncing Betty, nein Brügel Da gibt voll, äh, davon nehmen wir noch ein bisschen was mit Ist auch voll Nein Nein, das ist auch voll, hab ich doch gesagt Nein Das ist auch voll, alles klar Ja, voll aus, die Viecher Ist so ein bisschen aus wie der Face-Sack aus Alien, oder nicht? Ein bisschen, ne? Wir haben mal abgesehen von den, äh, Clown an der Hände, aber Hilfe 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 Na, wann? Oh Ich mag die Waffe Sie hat Explosivschaden, ich mag die Waffe Oh 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 Das leuchtet Äh Muss ich damit irgendwas tun? Da irgendwo eine Granate rein Warte mal kurz Eh, da Mir ist das? Showkristalle Erde SammeldShowkristallein der Lost cave Ehhh avin 6 Ah, schieß auf die Trostalklumpen. Alles klar. Wer lesen kann und so. Alles? Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Alter, hab ich dem gerade 2500 gemacht? Ich hab keine Ahnung, wie der ein Schaden ist. Oh, der ist weg. Ich muss mir die Folge unbedingt hinterher gucken. Ja, 2558 Schaden. Alter. Wenn das Ding mal hoch geht. Nice. Muss man einfach mal so sagen, ne? Oh. Äh, hallo. Ich glaub, äh, ich bin... Such mit. Ich bringe mir so, ne? Also... Ne, wem. Alter. Wow. Ey, nicht schubsen. Ja, komm her. Ich hab da irgendwo so eine Hundehütte gefunden. Alter. Und, wie sieht die denn alle hier? Grün? Nein. Noch ein. Nein. Ich bin doch der Pferd in alle. Nein. Ich bin doch der Pferd in alle. Komm her, du. Weißt du? In manchen Spielen ist es ja schneller, wenn du die Waffe wechselst, ne? Ja. Nur wenn alle drei leer geschossen sind, dann bringt das auch nichts. Boah, auf jeden Fall irgendwie eine SNG oder sowas gleich, die ein bisschen Schaden macht, weil mit dem Revolver und der Zeichel ist schon viel in der Comedy-Weid. Ja, ich hab grad welche verkauft. Gut. Ja, hallo? Gott, ich ahne, dass du eine brauchst. Bam. Tep, 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 tep. Was? Da, 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 was? Äh, da oben in den Kristall habe ich schon. Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Oh, ich glaub, der hat sich eingebuddelt. Ah, da guckt er wieder. Da hinten ist er. Ne, zwei. Oh, das hat wehgetan. Also, ich hab die, äh, schwerer irgendwie in Erinnerung. Wenn ich schon drauf schieße, ne, dann mach ich auch richtig. Geht nicht, die hat nur drei Schuss. Die schießt halt. Wofürgt ja auch nur zwei Schuss. Ja, aber die macht ein bisschen sehr viel mehr Schaden. Ach, Quatsch. Hört sich an wie so eine kleine Glocke, die immer schließe. Ja. Oh. Alter, ganz ehrlich, deine Granaten sind einfach viel zu laut. Alter, sind die Dinger laut. Äh, warte mal, hier ist irgendwie... Ja, gut, war der Sniper. Medikit bräunig. Das ist Granaten. Combat Rifle. Schockarmony hab ich voll. Mann, hier. Oh, wie sind da jetzt? Hm? Was? Achso. Ja, Mann. Ach, nicht mal. Ich hab nur, äh, Kuckuck, wieder... Na, guck mal, da ist eine SMG. Ja, mach. Ähm. Schieß mal bitte gerade nicht. Fohl. Ja, das... Weißt du, hier vorne ist alles voll mit Skeks und diesen komischen Krabbelviechern. Als ob die Banditen da nicht jungen. Wenn sie mal ganz ehrlich. Wollen wir erst hier oben lang? Weil da oben ist auch noch so ein Ding. Ja, okay. Ich hab grad... Es ist kein Schätzchen Schroff, wenn sie mit viermal Waffen zoomen. Macht total Sinn. In dem Fall. Wo saß sie? Hier saß sie? Da saß sie? Hier, 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 hier. Oh, die Skeks sind. Kommst du? Ja, ja. Gut, haben wir nicht. Aber die Kanate weg. Jetzt weiß ich auch, was da so mega laut ist. Das sind diese komischen Pillen, die dann angeflohen kommen, wenn du da mit Scham eingekrissen. Oh, der ist schon tot. Double-Tap und boom. Aua. Au. Das ist gut. Yayyyy. Kras. Kling, 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 kling. Kissen. Munition. Unheimlich für... 24 Dollar. Dollar? Und ne Küste. Ne Küste. die war auf jeden fall schlechter die macht ein bisschen ist bisschen genauer aber sonst nichts also von daher unsichtig trotzdem verkaufen kommen uns beiden zu gut da habe ich dich also was hast du dir die ganzen viecher die wir jetzt abgeschlachtet haben willst wir jetzt allen jetzt ist erzielen dass man sich nicht daran stören die sind wahrscheinlich froh drum wir können wieder ein kleppchen auch ich weiß nicht aber stelle den kreis schläger So, dann gibt es ein Schläger. Ja genau. Reparatur geht irgendwo in diesen Weg Richtung. Oh mein Gott, ich habe ein Leck! Ja, halt das Bauer, wir helfen dir schon. Ach, was? Ach so, du hast noch zu tun? Wir müssen nicht wieder. Ist doch jetzt Quatsch. Auf die Karte. Das müssen wir ja so ein Kristall-Dinger. Oh, ich glaube den... Der will Kopfschmerzen morgen haben, glaube ich. Meinst du? Da. Ich glaube nicht. So, was haben wir noch hier? Wenn ich jetzt die Karte lang gehe... Dann sind wir hier lang, also wenn wir jetzt das Reparatur-Kit erst holen. Ja, ja klar. Wer weiß, was der wieder für uns hat. So, sieben Stück noch. Ja. Fünf Stück. Fünf? Ja, fünf. Okay. Garnate? Halte die Ohren so? Das ist nicht das Problem, dass meine Ohren fast im Arsch... äh... Gut, das ist ja... halt... sehr bekannt. Hä? Die Kügelchen. Die Kügelchen. Die Kügelchen. Die Kügelchen. Die Kügelchen.